Ja, hier ist noch mal sowas mit der Lava. Müsst du aber auch gleich, ne? Ja. Gut. Ich seh dich. Soll man nicht so schön, weil es nicht höher ist? Oh, dahinten ist die Treppe. Ja, das geht. Ich warte mal hier. Man kann ja nicht auf Treppen hochfachen, fuck. Doch, kann man. Nein, geht so nicht. Also ich hab's geschafft vorhin. Ja, nein, 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 wenn man schwimmt. Ja, meine ich ja, ich hab's geschafft. Ach, super. Ist das die falsche Richtung? Nee. Ich bin einfach direkt runtergesprungen. Wollte ich versuch's dann. Ey, geh mal weg. Warte mal. Noch nicht suchen? Noch nicht. Ja, okay, jetzt kannst du. Oh, hier ist noch mal so ein fieser Sprung, nur eben diesmal kann man nicht in der Luft schon anfangen zu brennen. Nein. Ist doch nicht so fies. Nein. Ey. Oh, jetzt wär ich fast runtergefallen. Bin ich ja sonst noch nie. Schon wieder? Ich krieg das nett hin. Okay, teleportierst du mich? Oder ich teleportier dich? Alter, wenn ich hier runtergefallen wäre, wäre es aus. Ich vergesse mal das TP. Okay. Ja, Junge. Ich hab's doch gemacht. Nein, jetzt müssen wir beide tun. Du bist so dämlich. Nein, ich hab's doch gemacht. Warte mal, ich bin im falschen. So, wo muss man hin? Ähm, ich hab jetzt ehrlich gesagt, keinen Bock mehr, das noch zu machen, du. Also, das noch mal zu machen. Das ist ganz, soll ich die eine Quest da? Ja. Ein bisschen zu hart, das jetzt alles noch mal zu machen. Wo muss man denn jetzt noch mal hin? Ich weiß noch, hier rein? Genau, nochmal. Hier raus. Dann war das falsch. Das ist viel zu dunkel. Ist da? Ja, ist Nacht. Genau, dann hier runter. Bist du Game of the 1? Leid nicht. Boah. Ich hab keinen Bock, das alles noch mal zu machen. Oh, 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 oh. Ach ja. Ja, ich bin der Falschen. Hab ich gut gemacht, ne? Ja. Das war mal ein richtiger Epic Fail. Wieso werde ich geschlagen? Oh, hier geht ja der Tür zu, Mutter. Guck, hier war das. Hier hab ich dieses halbe... Und wie soll ich da rüberkommen? Ja, auf die Pressure Flates. Ja, aber ich bin nicht so begabt dazu. Ja, ein bisschen dämlich. Außerdem... Jetzt mach doch mal die ganze Zeit Game Mode. Ja doch, ich mach das einfach nur bis da, wo wir waren. Wahrscheinlich eine Sekunde so vorm Ziel. Jetzt musst du den rechten Weg nehmen. Weil hier waren wir alle schon. Ja, eben. Jetzt den rechten Weg da, genau. Nee, du bist auch in der Falschen. Nein. Du schlauernd. Natürlich. Du bist in der Falschen. Du bist in der Falschen, Mann. Ich bin am Anfang. Ja, geh zu sechs rein. Ich bin gestorben. Immer so. Guck, das ist die Falsche, wo ich bin. Wieder. Das stimmt. Schlauernd. Ja, genau. Hier war das. Nein, da sind wir ja gar nicht so weit weg. Ja. Hier portiere ich gleich, ja? Wieso machst du das so scheiße? Okay, jetzt mach aber. Das ist kacke so. Hier portiere ich zu mir. Okay, hier ging's hier lang. Jetzt bin ich übrigens auch kein Game Mode mehr. Aber hier geht's ja von mir aus. Auch wenn jetzt wieder diese bekifften Sprünge kommen. Was ist denn das hier? Hier ist ein Loch. Kann man runter? Ja, ich glaub, das stimmt, Mann. Hier muss man lang. Ja, jetzt kommen ja wieder diese geilen Sprünge. Bündelig. Ich warte noch. Ja, wär ganz praktisch. Was war das jetzt? Derby. Derbä. Derbä. Ich häng ihm in der Wand, schön, oder? Ich fang... Nicht. Leu. Bist auch so... Nehm ich ihn jetzt? Ein bisschen weiter hinten. Warte. Okay, jetzt drück aber Shift. Nee. Wohin? Hier, du nach vorne. Da, dann. Achso, okay. Ach, hier. Hier waren wir doch auch schon daraus. Niemann. Ich bin zu gut. Jetzt geh ich vor. Ich bin froh, dass ich das nicht in Singleplayer noch gemacht hab. Jetzt geh ich vor. Immer alles von vorne machen. Bist du drüben? Ja. Doch. Das schaffst du. Ehrgeiz. Hm, extrem Ehrgeiz. Weh. Wir laufen zusammen da rein. Aber komm, dieser Sprung ist einfach. Jetzt mach ich den aber. Ja, ich hab den ja auch am Anfang geschafft. Hier ungefähr waren wir ja. Dann viel Spaß. Oh ja, der ist ja so einfach. Stimmt, ja. Das war ja so schwierig, der halt noch. Okay. Fail. Oh Mann. Wir sind jetzt schon wieder unbewohnt. Keine Ahnung. Das ist mir nicht wieder dran. Das Alter, wir teleportieren uns so oft. Immer im Wechsel zum Sterben. Ja, genau. Ich sterbe. Jetzt teleportiere mich. Das ist ein Pierer. So, ich geh vor. So. Ich hoffe, wir sind jetzt auch irgendwie langsam am Ziel. Ich glaube, wir sind weiter als vorher, oder? Oh nein, schon wieder Pressure Play. Wir sind weiter als vorher, oder? Ah ja, genau. Ja, wir sind weiter als vorher. Was denn? Klar. Soll ich mal versuchen? Nee, ich zuerst. Eigentlich soll ich auf meine Pressure Play Spontor gehen, aber ist jetzt auch egal. Ich muss erst nach hinten gehen, damit die erstmal deaktiviert sind. Dann gehen die nicht so schnell zurück. Dann gehen die nicht so schnell zurück. Ach ja. Ach ja. Ja, hat's gebracht. Wolland hier? Ich hoffe, wir haben's bald. Es geht noch ein Bro Level, gell? Nee, ein Master Level. Irgendwie sowas. Warte, nicht springen. Wie lange geht das denn noch? Das ist doch unnormal. Bin ich dumm. Ich bin eigentlich der tragbare Checkpoint, der bewegliche. Nach hinten? Ähm, schlau. Strick shift. So, haben wir das auch erledigt. Geh zurück. Was ist denn das hier? Das hat nichts gemacht. Es ist wieder so, dass man sich dann in der Luft schon anzündet. Okay, jetzt gehst du aber jetzt nach hinten. Und dann machen wir das letzte Le... Du bist so ein Idiot. Du bist so behindert. Warum machst du das? Da wird Game-Mod, oder? Ach so, hier? Ich finde... Warte mal, wie wollen wir hier durchkommen? Ach da. Lol. Du musst mal auf die Pressure Plätze dann da oben gehen, ne? Nicht da unten. Was machst du? Ja, mach ich halt selbst. Wie das alles so einfach geht mit Game-Mode. Ja, okay. Ja. Ja. Man hat auch irgendwie gar keine Angst nach runter zu fallen. Wieso hast du deinen Stein kaputt gemacht? Hab ich nicht. Doch. Nein, er ist schon so die ganze Zeit gewesen. Nein. Ich war nicht mal in dem Gang, in dem du gerade bist. Nein, offen. Der Stein war schon so weg da. Klar. Ja, ganz sicher. Ich hab dich ja gefragt, ich hab mich ja gefragt, warum das da so ist. Du kannst es ja auch dann später in der Aufnahme sehen, ich hab Videobeweis. Mhm. Ja. Ah, man schafft das ja sogar. Im Gegensatz zu dir. Aber wo waren wir? Hier. Ich bin da. Gut, dann komm. Warte so. Mach dein Game-Ob weg. Oh Gott, was ist das denn schon wieder? Wow. Bist du tot? Nee. Hab nur... Was ist das denn? Ficken. Geil. Teleportierst du nicht? Ey, das ist extra, oder? Ja, ich hoffs mal. Die... 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 ... die... ... die... ... die... Da ist ja nicht was, aber da ist Lava! Ich muss aber sofort Shift drücken, ne? Ich muss so plötzlich um teleportieren jetzt irgendwie. Okay, ich versuch's mal. Das ist in einer Film. Wow, jawoll! warte bis nicht mehr wenn ich man der effektivste sprung das wird ja mal lustig hier nicht weitermachen ich habe mich gerettet jetzt auch so weit ich brenne ich hab auch gerade leben verloren ja schön geil ich bin eh dran geh mal hier hin da an die seite ich kann nicht weiter weg doch da hast mich geschlagen nee ich leb noch okay mit einem halten ich warte einfach mal bis du eins weiter weg bist ja äh bis du eins weiter bist ich guck in dein face iiii ey du triffst mich ich war's ja jetzt geh weiter ich weiß nicht ob ich den sprung nochmal schaffe nein aber jetzt konntest du dich retten das ist unfair soll ich warten ja ja wäre ganz praktisch hm okay wohin da soll ich jetzt springen tp mich mal hallo du bist so ein lustmulch sagst du du siehst mich hier die ganze zeit ah du bist sehr schön was dein Arsch bist du schieb mich einfach in die Lava nochmal ich hab gar nichts gemacht ich geh vorne mhm mach das so weit ja hab ich auch nein burning i'm burning okay jetzt bin ich wieder dran geh weg ja wo lang auf das roh ja das ist schwer das ist ein richtig übersprung nein ich muss mich retten ich muss mich retten ich muss mich retten ach feg ich aber du musst dann nur noch einen sprung machen dann bist du wieder bei deinem alten Standpunkt hast du schiff gedrückt ja geh mal diagonal nach hinten ja bin ich okay da Bä knapp Federn es Vielen Dank.